3 2 1 bis zum start halbieren leute heute einen neuen kommentieren kommentierenden von hier live aufgenommen auf der map stand of black ops 2 dabei habe ich ist jetzt nicht wichtig da dies ein neues ein thema sein wird dass ich diese serie hälfte es machen werde und ich dieses um schon öfters ausprobiert habe hat der seiner wie gesagt es ist leicht aufgenommen deswegen verspreche ich mich sicher öfters und so aber es ist um das EZ waffengehen nenne ich mal und ja fangen wir würde ich jetzt mal sagen an er spiel wird das ganz klar mit einer waffe das ist logisch und die regeln für das EZ waffenspiel sind also kneifenabschuss serien so oft wie man will kann man dieses dann verwenden sonst darf man nur ein kill pro waffe machen also wenn ich jetzt hier mit dieser waffe einen kill macht darf ich eine waffe mit diesem kill mehr und bis ich wieder sterbe ja es ist oft immer auf dem spielmodus ziel und wird irgend ein chaos muss wird natürlich seine dann muss pizza chaos ist nicht und ja die vierte regeln das ist auch die letzte dann schon wenn man zwei geht es mit einer waffe macht also nicht hier ein kill machen dann noch einen dann wird das bestraft dann darf ich mit der erste waffe nie wieder in einem um game also in einem in irgendeinem schon aber nicht in einem waffenspiel serien dieser waffen nie wieder hin töten sonst wird natürlich eine nächste waffe kommen und immer so weit weiter um ja das war nicht die vier geliebenden regeln ich glaube ich werde ich vielleicht wenn ihr wollt kann ich euch die auch zusammenschreiben und ihr könnt das auch mal probieren wie das ist er kann auch natürlich um es wird das machen und wieder schicken es wird mich alles freuen die spiele ist auch gleich viel vorbei aber ihr seht hier um es wird immer es ist immer schwierig wenn du dann zwei Waffen hast Hausmaß zu danach und ja sie spiele ich hier noch ein kleines bisschen an die jahre so man dieses stirbt doch klar b aber man von hinten schon wieder effekt euch doch die hohen kinder ihr verfickten hier wir und hier fiktig doch ich werde schließen das war an nicht die erste serie es wird dort stehen wir schon umgelesen die Regeln und ich hätte gleich die zweite Serie aufnehmen bis zum nächsten Mal bei euch und bis zum nächsten Mal die Begriffe